Ja, das ist wunderbar hier heute. Der erste wirkliche Sommertag in dem Grau, ständig vernebelten und verrätten in Dortmund. Und jedes Jahr seit einem Jahr findet hier dieses wunderbare Fest unter dieser blühenden Sonne statt. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, liebe Dortmunder, das Balou hatte ja einen Vorgänger und das war das Nachbarschaftshaus in Wambel. Er ist aus der Bevölkerung entstanden, aus der Notwendigkeit Raum zu schaffen, um Projekte, Ideen, persönliche Entwicklungen und alles voranzutreiben, weil es das in Dortmund von 1978 in der Form überhaupt nicht gab. Musik 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 Musik